So, kurze Frage an das Mikrofon. Hättest du jetzt Lust, wirklich durchgehend aufzunehmen oder willst du dir nach 4 Minuten Aufnahme einfach wieder einfach so eine Pause nehmen? Es wäre in Ordnung jetzt? Okay? Können wir aufnehmen? Super. Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Leute, ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin irgendwie komplett abgefuckt gerade, weil das Mikrofon einfach nicht durchgehend aufgenommen hat. Das ist verdammt lästig. Nach der vierten Minute hat er einfach gesagt, yo, ich bin einmal raus, ja, ich habe Feierabend und wir hören uns. Richtig belastende Sache auf jeden Fall. Ich habe es sogar mit Facecam aufgenommen gehabt und wir hatten sogar echt gut Packlack und eigentlich wollte ich da jetzt ein richtig schönes Video draus machen, schön Musik hinterlegen und alles. Und ja, jetzt bin ich dann eben draufgekommen, dass dieses Mikrofon ab der vierten Minute nicht mehr aufgenommen hat. Wirklich sehr, sehr freundlich von dir, wirklich top. Danke, kostet es eh nur irgendwie 100 Euro. Habe dich eh nur vor irgendwie einem halben Jahr neu gekauft, aber alles gut. Super, danke. Grüße gehen raus an die Technik. Und das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich jetzt doch nicht mit Facecam aufnehme. Im ersten Pack haben wir diesen Inform gezogen und dann hatten wir noch Benatia in diesem Pack und ich will es euch jetzt echt nicht irgendwie da lange vorenthalten, wen wir gezogen haben. Deswegen habe ich das jetzt geschnitten für euch, dass ihr das Ganze schnell seht. Das ist euer einziger richtiger Vorteil, dass das Ganze jetzt kurz und knackig ist und nicht so viel herumgelabert, weil ich dann doch leicht ausschweife manchmal, wenn ich mit Facecam aufnehme. Und ja, wir ziehen hier Frankreich, ZDM und das ist dann einfach mal Kanté. Das ist dann einfach mal Kanté mit einem 87er Rating. Da dachte ich mir auch so, ja, geil. Geil, nein Leute, nicht ja geil, ich bin eigentlich komplett eskaliert, ja. Wir hatten den Pack akut auf, als wir dieses Pack geöffnet haben. Es war alles super, es war alles wirklich super. Tatsache ist einfach nur, die Facecam hat nicht aufgenommen. Nein, nicht die Facecam, shit, das Mikrofon hat nicht aufgenommen. Das Mikrofon ist einfach mein Freund und Helfer und ja, Kanté 87er in diesem Pack. Ich habe dann noch ein bisschen drüber, ja, nicht drüber geärgert, ein bisschen, ja doch, ich habe mich ein bisschen drüber geärgert, dass wir halt nicht Pogba drinnen hatten. Denn wenn da jetzt einfach nur am Ende noch so ein schönes Manchester United Wappen gekommen wäre, dann hätten wir halt statt 200k über 500k gehabt. So haben wir trotzdem Kanté gezogen, der 190 wert ist und das ist halt sehr, sehr nice gewesen. Und ja, dann möchte ich euch eben noch fragen, was wir an unserem Team noch verbessern können, was für Positionen kann man da noch upgraden. Ich habe einerseits die Überlegung, dass ich mir Tolisso Inform hole, der kostet circa 180k, zur Verfügung haben wir 270k. Ja, dann könnte man halt bei ihr oder dich eher noch machen. Allerdings hat Courtois sehr, sehr gut gehalten in der letzten Weekend League. Deswegen wollte ich da eigentlich nicht viel verändern, aber Leute, schreibt mir einfach mal rein, was ihr verbessern würdet an meinem Team, was ihr da noch, ja, machen würdet, was ihr da rumschrauben würdet. Also bitte einfach in die Kommentare schreiben, ich werde mir das auf jeden Fall durchlesen. Und ja, Freunde, das war es jetzt an sich mit dem Video. Wie gesagt, tut mir leid, dass es dann doch ohne Facecam war im Endeffekt. Ich hätte gerne mit Facecam gemacht, ich habe auch eigentlich mit Facecam gemacht, allerdings hat mein Mikrofon nicht mitgespielt und das ist der Grund. Leute, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, ich hoffe, euch geht es allen gut und wir hören uns dann auf jeden Fall morgen in einem weiteren Video oder in einem weiteren FIFA 18 Livestream. Falls ich streamen werde, dann so gegen 18, 19, 20 Uhr würde ich schätzen. Ich komme halt erst so um 18 Uhr eben dann auch heim von der Arbeit. Und ja, dann war es das mit dem Video, Leute. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und habt immer high hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.